Passablanca haben wir ja schon, Entlo haben wir auch schon, dann reisen wir mal nach Hevel Leon. Und dann müssen wir was finden, ach genau, hier dieses kleine Häuschen und da sind wir ja schon, hier haben wir ein paar Trüge, die wir kaputt machen können, eine Mini-Medaille, dann kriegen wir hier noch einen Stärkesamen und noch eine Mini-Medaille, das heißt wir müssten jetzt schon über 30 haben, oder 30 haben, ok der erzählt nichts, ich frage mich ob es die Prophezierte an der Küste noch gibt, was, ich frage mich, ob es wohl die Prophet-Serie noch gibt. Und das ist noch nicht alles, sie sagen, er sei nicht mal ein Mensch, er ist ja etwas aus Dämonenbild. Gut, ich habe hier noch ein paar Städte, aber irgendwie kann ich mich nicht dorthin teleportieren. Ne, das ist jetzt doof, ich habe hier noch, ähm, warte mal, war das Buchstätten, waren wir in den Buchstätten schon mal drin? Was war das hier? Ich muss das nochmal, ich muss mal etwas nachgucken. Ich glaube hier war das mit den ganzen Vasen, hier waren wir doch schon, ne? Okay, das war das nicht. Aber wie heißen die eine Stadt da? Stred, Stred. Auf jeden Fall, wo war nochmal Laka, oh mein Gott, Laka-Naba. Wo war denn das denn noch? Wo hat ein Tonneko angefangen? Wo ist hier kein Schiff? Wo ist mein Schiff? Ist das hier unten? Nein. Hier ist nicht mein Schiff. Warte mal, wie kam dann Tonneko dann nach Endo, der ist durch diesen Tunnel gegangen? Ach ne, dann ging es ja weiter, ne? Genau. Das heißt, wir sind noch in der Nähe von den ganzen Städten. Was ist hier heute neu, wo ist denn jetzt die Stadt, die ich suche? In Tonneko waren wir ja. Ach, jetzt will ich jetzt mal Aufstellung ändern. Boja mit. Was nicht hier irgendwo oben jetzt? Ach, da ist unser Schiff. Okay. Na, die Schlange noch zuerst zu. Wir könnten mir nichts, wir könnten mir nicht wehtun. So. Ah, genau. Genau. Wir sind noch fast. Oh. Ah. Ah. Da kommt der Kopfschneid an. Lackkabana. Genau hier oben war das. Ach, jetzt habe ich mich verlaufen. Da, Metallschleim. Ah, warum hat... Ah. Das hat er nicht zuerst angegriffen. Da kommen die Schleim zuerst zu. Was aber sinnlich, dass er mir ein wenig Schaden reinwirkt. Und, beeilung, beeilung, beeilung. Ich bin noch ein P. So. Meine Güte, wo ist denn jetzt die Stadt hin? Ernsthaft? Wo ist die Stadt hin? Oh, jetzt bin ich hier. Ah, ich hasse das. Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Ich war doch jetzt gerade an der Stadt. Mann, ihr könnt mir nicht mehr wehtun. Versteht ihr das nicht? Braucht ihr es euch gar nicht mit mir anlegen. Da ist die Stadt. Ah, herrlich. So, hier muss auch noch was sein. Ach so. Wir müssen hier in diesen Shop rein. Jetzt wollte ich nicht raus, sondern einfach nur dahinter. Da ist nämlich ein Eingang. Was haben wir hier? Gibt es hier vielleicht noch was? Ja, hier haben wir noch ein Leerschild. Okay. Okay. So. Aber wir müssen zu der alten Stelle von unserem alten Arbeitsplatz. Von Toneko. Und hier unten gibt es auch noch was. Genau. Falls ihr euch erinnert, hier gibt es auch noch die Truhen. So. So. Haben wir nochmal einen Stecker. Samen. Eine Kettensichel. Aber die interessiert doch eh keinen mehr. Und hier hätten wir einen Eistapfendolch. Aber den brauchen wir ja nicht. Den haben wir ja zum Glück mal gefunden. Zur Not kriegt man den jetzt hier. Weil das wäre wirklich ein kranker Fund. Erzählst du irgendwas noch? So. Warte mal. Wenn ich jetzt. Ah ne. Kann ich ja nicht. Wenn ich jetzt mit Toneko ihn anspreche mache. Bin ich mal gespannt, ob er irgendwas anderes sagt. Dazu muss ich ihn erstmal an der Front holen. Aufstellung. Toneko. So. Das wäre ja jetzt völlig egal. Toneko alter Freund. Moment. So. Ah. Ja. Bei allen Heiligen. Wenn das nicht Toneko Talon ist. Was macht denn dein Laden in Endo? Läuft er? Natürlich. Ja. Großartig. Großartig. Ich bin froh, dass es so gut für dich läuft. Ich wette, deiner Frau geht es genauso gut. Achso. Mehr hast du nicht erzählen? Boah. Ich bin dein Ersatz. Ach. Entschuldigung. Hänschen arbeitet hier. Toneko? Toneko Talon? Ja. Sehe ich denn recht. Ich bin's. Der Sohn vom alten Hänschen. Äh. Äh. Vom alten Hans. Hänschen. Ich dachte, es ist Zeit, dass ich mein Brot auf ehrliche Art und Weise verdiene. Also habe ich den Boss gefragt, ob er mich einstellt. Aha. Hänschen arbeitet jetzt an Stelle eher. Er hat erstmal mein Haus bekommen. Und jetzt hat er noch meinen Job vergenommen. Oder was? Pfff. Okay. Hier ist glaube ich nichts mehr dran. Ja. Gut. Dann haben wir das auch schon mal. Frenor. Oh mein Gott. Wo war denn jetzt Frenor? Pfff. 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 Warte mal, Porttunnel, das weiß ich doch, äh, in der Nähe von Endor, genau, in der Nähe von Endor, ich muss aber auf der anderen Seite, muss auf der Seite sein, so, einmal kurz Teleportation Endor, fahre ich auch mal kurz mit dem Shifter außen rum, so, da soll auch noch was sein, hier, aber nicht bei dem, oder war das doch bei dem, ah doch, hier, so, wo war das denn jetzt hier, nö, jetzt bin ich verwirrt, ach, der steht da immer noch, dann geh ich mal in den anderen rein, ach, jetzt kommen wir nicht mit meinem Schiff oder wie, okay, oh, das ist jetzt doof, doch jetzt, dann geh ich jetzt einfach mal da rein, ah, hier, so rum, irgendwo soll was hier sein, Hä, ich bin verwirrt, Oh, das ist doch woanders, was die meinen, oder was ich mir aufgeschrieben habe, warte mal, nein, 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 ah, Mann, ich weiß wohl, ich hab ne, es gibt ja verschiedene Portale hier, Dann gehen wir auch mal kurz hier hin zu ihm, haben wir jetzt schon 30 voll, sehr, Anzahl nehmen wir 29, da fehlt uns noch eine, So, hier war doch das Portain, war das hier? Ja, ich denke, ich denke mal, hier war das, da muss es doch irgendwo noch drin, Ich glaube, ich habe mich jetzt verirrt, Nee, hier ist es alles auch nicht, Es gibt sogar so so ein, auch so ein verfluchtes Schwert, aber, Hier steht einfach nur Port, wo nur, Das ist die Frage nur, wo ist das? Vrena muss ich auch nochmal raus suchen, wo das ist? Auswendig weiß ich jetzt nicht, Ich dachte, irgendwo hier ist noch so ein, sowas wie ein In, Aber scheinbar auch nicht so sein, Dann dachte ich da hinten, weil das einzig, wo Portale sind und ein In ist, aber da waren wir ja gerade drin, aber da gibt es auch nichts, Gut, dann, Ähm, Squid Bail, Was ist denn das denn jetzt schon wieder? Naja, ich werde es herausfinden, Also, es fehlen noch uns, Ähm, Noch eins, zwei, drei, Nee, Doch, Drei, Ähm, Gebiete, also Städte, wo wir noch was holen können, weil wir den alternativen, äh, alternativen Schlüssel haben, Warte mal, Wo war ein Vreno? War Vreno nicht irgendwo unten? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Pilzmaier? Ist ja nicht stark. Äh, Kennen wir den hier schon? So, ich muss einmal kurz schnell rüberlaufen, Metallskorpion, Wo ist die Stadt da unten? Irgendwo war doch Frenur. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, Wo. Ja, komm, Machen wir schon alle platt eben schnell. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach, das ist Mintos, genau. Ah, Wo waren jetzt Frenur? Ne, da unten, äh, auf diesen einen Kontinent hat's, ähm, Mina, vielleicht war das nicht irgendwo hier unten? Das ist mir ja unser Schiff eigentlich. Freno, 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 wo ist Freno? Ah, Mintos kann ich mich sogar teleportieren. Ich brauch einfach mal ein Schiff jetzt gerade. Das muss hier oben sein, genau. Ist hier vielleicht Freno? Ich will jetzt Freno filmen. Wo war nochmal Freno? Da haben wir noch ne, Stadt? Wo sind wir? Wir kommen in Cuxhaven. Nein, das ist falsch. Cuxhaven wollte ich nicht. So, da drüben war Dingens. Oh, mein Gott! Ich bin so vergesslich geworden. Wo war denn denn bitte die Stadt Freno? Auf welchem Kontinent war die überhaupt? Das ist nicht gut. Ich wollte aber nicht hier anlegen. Was bist du für eine Stadt? War Freno nicht ein Gebiet? Ne, du bist doch, ähm, Hav, äh, Havleon? Hier aber noch so ein, was ist das denn jetzt? Was ist das? Kann ich hier teleportieren? Oh, ne, hier gibt's nur diese komische Tuzern. Hier oben war, äh, hier oben war auch noch ne Stadt. Ach, das ist Marmon. Warte mal, jetzt kann ich doch die Dinge aufmachen, ne? Oh, oh, ein Feuerbraten soll an die Brüssel-Brüssel. Kirche. Naja, hier hat sich nichts großartig verändert. Und wo ist mein Schiff? da. Freno, wo bist du? Ich weiß, dass ich da schon mal gelandet bin. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, mit welchem Charakter. da bin ich jetzt gelandet. Ach, das ist da die Stadt, wo ich den K-Schein habe. Da, die Stadt brauche ich ja auch nicht mehr. Ich war jetzt ein bisschen lächstig, aber ich möchte schon gerne wissen, wo Freno ist. Da oben ist da Moskva. Freno, Freno, da auf. Aha, hier haben wir auch noch so ein... Ach, hier haben wir das Wüstenbazar. Auf der Karte ist schon ein Königreich. Da oben. Was ist denn da oben? Deswegen kann ich aber zum Glück vorspulen. Problem ist, wenn wir fliehen hier. Nein, nein, nein. Ich muss da oben ausprobieren. Da oben die Stadt. Und zwar hier. Ach, das war die eine Stadt. Aber das ist, glaube ich, die Freno, ne? Ja, genau, wenn ich schon mal hier bin, dann zeige ich euch auch noch mal was. Das war ja mit diesen paar, genau, hier mit diesen komischen Typen, der hier opfern wollte. Ja, ich werde dann mal herausfinden, wo Freno ist und wo die anderen Sachen sind. so, wenn ihr jetzt in dieser Stadt, wo sind wir? Dorf Taborow. Wenn wir das jetzt anquatschen, passiert das hier. Oho, ein Brunnenspuk taucht aus den Tiefen des Brunns auf. Ja, da haben wir den auch schon mal hier gesehen. Aber der ist nicht wirklich schwer. Er statt vor dem wird nicht getroffen. Er erschreckt quasi nur ein und stark ist er nicht, wie ihr seht. Wie ihr seht. Wachs das dann. So, dann eben kurz mal die Aufstellung umändern. Ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt mit Dragon Quest 4, die Chronik der Korenen. Wenn's euch trotzdem irgendwie noch gefallen hat, dann könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mich ein wenig schlauer gemacht habe. Also, bis dann!